Hallo meine lieben Freunde, so da sind wir. Wir haben uns ja in der ersten Folge jetzt gefunden. Und mit dabei der Shadow. Hallöchen. Delfino. Hallo. Und Darkseid. Guten Tag. Wir sind jetzt hier schon fleißig am Tun und Machen. Wir wollen uns hier irgendwie unser erstes Lager aufbauen. Glaube ich. War doch so? Auf jeden Fall, ja. Schlafsäcke haben wir platziert, da sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Hat eigentlich schon jemand so ein Buch für den Ofen gefunden? So, da wollte ich noch schauen, weil ich habe irgendwelche Bücher gefunden. Es ist echt doof, dass man das Ofenrezept nicht gleich von Anfang an mehr hat. Oh, ist er tot. Oder war das schon immer so? Der Hirsch ist tot. Ähm, nee, das ist sehr schön. Das muss ich nur noch finden im Wasser, die Leiche. So, ich stelle mal eine Kiste auf. Einfach mehr Bogen. So, wo stelle ich denn die hin? Ich stelle die mal. Wo ist denn mein Schlafsack eigentlich? Müsste irgendwo hier sein. Stell ich mal zu meinem Schlafsack. Block. So. Wer, was, wo, wann? Irgendwie ist das total schwer, die jetzt gerade zu treffen, ne? Ja, das ist nicht so einfach. Ist auch schwerer geworden. Ne, äh, nicht deshalb. Ähm, allein durch, äh, die lecken so ein bisschen die Zombies. Achso. Na, vielleicht doch wegen der Grafik und weil wir alle vier auf dem Server sind, oder? Dürft ihr eigentlich nicht. Das ist ein Professional Server. Der müsste das eigentlich bringen. Bei mir läuft alles richtig flüssig. Weil die Zombies, ja, kann sein, dass sie... Ah, ja, bei mir steht da ein Zombie. Ist wahrscheinlich schon tot. Genau. So, ich packe mal so ein mögliches Zeug rein. Ich hab da Bücher. Das wäre geil, wenn du ein Forge-Rezept hättest. Nö, Huntingknife-Book. Naja, wenigstens schon mal ein Huntingknife. Äh, zweimal hab ich das. Boah, du hast gleich mal eine Essenskiste. Aber ich habe nichts zu essen. Na doch, Blaubeersamen könnte ich da reinpacken und ein bisschen totes Karnickel. Blaubeersamen. Na, die dann zum Anbauen. Lass mich rein, ich rieche. So. So, ich leg mal da das eine Buch rein in die normale Kiste. Das überschüssige. Ja. In eine leckere Blaubeersamen-Suppé. Ah, ja. Fleisch. So. Ich lege noch mal einen Schlafsack innen mit rein. Ach nee, das. So. So, was haben wir denn da noch? Dann begebe ich mich mal auf die Suche. Nach was? Nein. Nach einem Forge-Book. Und lässt uns hier alleine. Nee. Kann ich auch nicht machen. Nee, nicht wirklich. Ich finde diese Gore-Blocks total geil. Und wie macht man die Pfeile nochmal? Mit dem Bogen? Weil ich habe nämlich keine mehr. Wenn du Arrow eintippst, oben links, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du machst die aus Knochen oder aus Sticks. Arrow. Ach, mit zwei R, oder? Muss die oben rechts platzieren. Der Stein muss nach ganz oben rechts. Ja, genau. Der Stein. Der muss nicht mehr angespitzt werden. Habe ich keine Steine. Ich dachte, ich hätte Steine gesammelt. Das sind drin. Angeblich kann man dieses Forge-Book ja in Zombies finden. Echt? Ja. Angeblich. Gut, dann mache ich mal ein paar Pfeilchen. Ja, wir könnten uns ja auch so eine Barriere aus Spitzen bauen. Aber ist auch Quatsch, was? Und die hat das letzte Mal nicht besonders beeindruckt. Ja. Also wir sollten schon irgendwie ein Häuschen bauen. Also sowas richtiges, massives. Ja, ja. Auf jeden Fall. So. Ich werde schon mal gucken, Wood-Frames machen oder sowas. Ja, genau. Ich gehe auch ein bisschen Holz haken. Und ich gehe hier bei uns ums Lager herum und töte Zombies, wenn ich sie sehe. Ja, das ist gut. Ja. Gucken da alles, was ich finde. Ja, vielleicht haben ja die Wood-Frames, vielleicht haben die Zombies ja Dingsbumse dabei. Dass mal ein Beliesener dabei ist. Ich hatte den Eindruck, die haben jetzt mehr, mehr Loot wieder als früher, als vorher, was? Kann sein, ich... Passte, passt da eigentlich nicht so auf. Ich hatte den Eindruck, dass in den letzten... irgendwie kaum noch Loot hatten früher. Loot, 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 Loot. So, ich habe noch ein Hunting-Knife-Rezept. Gib mir dein Loot. Wo hat ein Darkseid die Brille her? Gefunden. Oh. Die hat sie wahrscheinlich beim Überleben in der Stadt gefunden. Ja, stimmt. Ich habe zwei Rucksäcke auf dem Weg bekommen. Ich will auch eine Brille haben. Wo ist denn der blöde Hirsch jetzt hingehoppelt? Mit der Axt geht das viel besser. Ich vertraue da eher so auf den Bogen, wenn der Hirsch hier mal stehen bleiben würde. Nein, meine Pfeile sind alle. Ja, das geht schnell. Hat das gefruchtet? Ja, er ist tot. Er ist tot? Der Hirsch ist tot, der Hirsch ist tot. Oh, ja. Dann nehmen wir ihn mal auseinander. Nein. Kann schon mal einer ein Campfire dann bitte basteln? Ja. Mach ich. So, ich fange schon wieder an zu riechen. Ich komme mal zurück ins Wasser. Topf hat nicht zufällig irgendjemand gefunden zu unterwegs. Ja, also bis jetzt nicht. Das ist ja ein Problem, wenn man keinen Fortsch haben, können wir auch keinen Grill bauen. Na, das ist für das Campfire. Ich meine, diese Röhrchen, da haben wir ja eigentlich schon einen ganzen Arm voll gesammelt für den Grill. Ach so. Da brauchst du ja nur neun Stück. Ach so. Sehr schön. So, dann sind zwei. Und da sind vier. Nein, da fehlen noch ein paar. Drei Stück fehlen noch. Ah, Ufo fängt schon an, die Wand zu bauen. Ja. Vielleicht machen wir erstmal nichts zu groß, he? Äh, richtig. Du brauchst ja... Obwohl, wenn du es größer baust, dann kannst du Zwischenwände mit einziehen. Brauchst du ja dann, damit die Decke hält. Ja, ob wir es schaffen bis abends. Gott, deshalb. Äh, was haben wir denn? Elf Uhr. Müssten wir theoretisch schaffen. Okay. Der Fino macht ja auch noch Woodframes. Jupp, kann ich. Ach, du bist. Sei froh, dass ich nicht angelegt hatte. Äh, mein Gott. So, gibt's hier vielleicht noch irgendwelche Sachen zum Durchsuchen? Ne. Hast du hier schon alles durchsucht? Ja. Boah. Zombie. Der ist tot. Meine Axt schon wieder? Ne. Ja, es geht relativ fix mit diesen Billig-Echsen, sag ich mal. Baust du billig, baust du zweimal. Richtig. Die halten X aus. Ey, Woodframe. Richtig, wir brauchen... Moment, ich habe. Hier ist das Bett, da ist das... Hier ist ja echt tote Hose, sag ich mal. Komm, wir mal aufmachen. So, Pfeile haben wir jetzt wenigstens wieder. Hat denn jeder von euch einen Bogen, dass er sich verteidigen kann? Ja. Natürlich. Jo, gut. Oh, ich darf schon mal nicht für Nachschub sorgen. Was ist denn hier eigentlich los? Nein! Ich falle aus der Welt! Oh, Scheiße! Wie ist das passiert? Das ist ja einer der übelsten Bugs, hatte ich auch schon mal sehr widerlich. So, ich habe mal gleich alles hier. Hallo? Ja, ja. Ja, sterbe ich jetzt dann oder falle ich jetzt einfach nur? Das ist, weil du so weltfremd bist. Ja, wirklich. Weltfremd? Ich bin gerade hier im... Sterbe ich jetzt oder komme ich ins Paradies? Äh, er kommt in die Hölle. Ne, ich bin gerade im Himmel. Ja, was mache ich denn? Ich sage es euch, er kommt in die YouTube-Hölle und muss 24 Stunden am Tag Fashion-Videos machen. Das krieche ich hin. YouTube, 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 YouTube... Oh Mann, ich habe vergessen, meine Axt zu reparieren. Hier, ähm... Seht ihr mich eigentlich da irgendwo rumlaufen? Nein. Ich müsste jetzt beim Lager sein. Ja, sehe ich. Aber? Siehst du mich? Nein, ich sehe mich gleich auf der Karte. Nee, wo soll es denn da sein? Aber wenn du auf die Karte klickst, ich bin da... Wer ist denn das? Im Lager. Das sind die Betten. Ich muss in die Betten. Kommst du gerade Richtung... Nee. Wo bist du denn? Du bist weg. Da ist gerade. Du bist unsichtbar. Hallo. Ach, man sieht nur deinen Hut. Nee, nee, man sieht gar nichts. Ich bin rein. Oh, Shadow, Shadow, Shadow. Kann ich hier irgendwie... Kann ich hier irgendwie Reloggen oder so? Du kannst ruhig als Unsichtbarer weitermachen. Ja, das Problem ist, ich sehe ja nichts. Ich sehe hier nur Himmel. Achso. Wow. So, pass mal auf, ich... Ich Relocke einfach mal. Ja, schade. Muss ich halt dann mal schnell hier das Passwort verdingsbumsen. Verdingsbumsen. Bapapapam. Bapapapam. Ha, da bin ich wieder. Hallo. Jo. Ich bin nicht mehr ganz so. So. Ähm, Verbände. Dann essen, trinken. So, dann geht's wieder los. Oh. Ich war ja eigentlich auf der Suche, dass ich hier was Produktives erreiche und ein Buch finde. Stimmt. Gab's eigentlich im Westen irgendwo eine Stadt mit Gebäuden oder sowas? Ähm. Hier ist wo, wo ich von unten gekommen bin. Von wo du gekommen bist, naja. Ja, wo ich auf dem Bach bis vorne bin. Das sehe ich leider nicht. Hier gibt's nur Sinderblocks. Das ist aber auch ein ganzes. Ja, ich wollte eigentlich nicht allzu weit laufen. Wenn, dann hätte ich was in der Nähe genommen. Haben wir denn da nix in der Nähe? Schaut schlecht aus. Na, dann schau ich mal rüber. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ach so. Ach so. Aufnahme. So. Noch ein paar Kisten aufgestellt. Ich kann die Tür nicht platzieren. Weil du erst einen kompletten Stock brauchst, bevor du die platzieren kannst. Muss die auf einen Block raufgesetzt werden? Äh, die muss auf einen... Äh... Oder zwischen zwei Blöcke. Ja, genau. Dazwischen. Also den kompletten Türstock musst du schon gebaut haben. Okay. Okay. Geht nicht. Mal eine Tür. Was ist denn ein Türstock? Naja, einmal das Ding außen drumrum, den Rahmen, wo du die Tür reinsetzt. Das ist ein Türstock. Ach so. Also wir in Berlin sagen dazu Türrahmen. Wir Tischler. Wir Berliner Tischler. Ich weiß nicht, ich kenne das Ding nur als Türstock. War ein Spaß. Aber Stock habe ich noch nicht gehört, aber es ist nicht so schlimm. Türstock kenne ich. Das ist das Ding oben drüber. Ja. Ich bin ja auch kein Türschler. Ich auch nicht. Das sind halt so Dinge, die du immer hier auf dem Bau aufschnappst, was die Leute so hin und her werfen an Worten. Ey, Rudi, schmeiß mal einen Türstock rüber. Ja, zwischen Bier und Schraubenschlüssel auch mal einen Türstock. Genau. Das typische Verhalten auf dem Bau. Ja, ich bin ja selber vom Bau und kann wirklich bestätigen, dass teilweise da sehr hohe Intelligenz unterwegs ist. Und mal so auszudrücken. Ich meine damit nicht den klassischen Handwerker, sondern wirklich den typischen Bauarbeiter. Ja, da gibt es halt auch, das hast du aber überall, diese, diese, diese Variation. Ja, klar. Es gibt so und solche immer. So klar. So eine Misthöhle. So, jetzt habe ich den Türstock fertig. Und die Tür will immer noch nicht. Warum will die Tür nicht? Der Türstock ist doch fertig. Oder muss ja noch verkleidet werden. Ah, Mann. Oh, shit. Ohne Verkleidung geht das, glaube ich, nicht. Delphino, hast du, hast du Holz? Was ist los? Holz, baue ich hier alleine? Es wird bei dunkel. Nö, nö. Ich habe das gerade ordentlich gesammelt. So, da siehst du mal hier, neue Staffel beginnt. Und was ist, tot bin ich. Wo ist denn mein Knüppel? Ich hatte mal einen Knüppel, da ist er doch. Tja, es ist halt schwerer, ohne zu cheaten zu spielen. Genau. Naja, das Problem war der Untergrund. Achso. Ich höre Biene Maya und ich höre den Köter. Na, komm her. Ja, der Fino fängt an zu bauen. Juhu. Juhu, juhu. Ich bin dabei. Braucht mehr Holz, ich brauche mehr Holz, ich brauche mehr Holz, ich brauche mehr Holz. Oh, wer schreit denn da so? Ich. Oh, Feier. Der Hund ist nämlich jetzt von den Badlands bis zu mir gekommen. Oh Gott. Halt uns nur den Hund hier vom Leib, ey. Oh, das gibt's doch nicht. Dann komm gar nicht erst her, wenn du so einen Hund am Arsch hast. Ja, das Problem ist, der ist immer noch da. Achso. Ey, die Hunde sind so scheiße, ey. Letztens hatte ich drei Hunde gleichzeitig. Ey, dann brauchst du ja wirklich schon eine sehr gute Waffe, um da überhaupt eine Chance zu haben. Stone Axe, was fehlt mir denn? Und die Zombies machen neuerdings so einen Haufen. Gorblocks. Ey, der Hund, der geht mir auf den Keks. Ich höre dich schreien, das hört sich so scheiße an. Ja, weil ich bin jetzt zu Hause gespawnt, der ist mir bis nach Hause gefolgt. Super. Jetzt heißt also, der ist hier gerade bei uns im Lager? Nein, jetzt nicht mehr, jetzt ist er tot. Sag mal, wo sind denn hier Verbände? Ja, du bist ein Hundemörder. Wobei, diese Mistviecher kannst du gar nicht als Hunde bezeichnen, die sind ja so abartig. Außerdem hat er mich angefallen, der hat angefangen. Ja, der hat es verdient, jeder der anfängt. So, da gehe ich jetzt mal meinen Rucksack holen. So, hat er vielleicht ein Buch wenigstens dabei, wenn er mich schon hier gekillt hat? Ein Buch, wie erziehe ich meinen Hund? Genau. Hier, wo ist denn Darkside? Unterwegs. Ja, komm mal ran hier auf den Meter. Schieß mir mal den Weg frei. Seven Days ist cool. Durchaus. Oh, jetzt bin ich schon wieder außer Puste. Und es läuft viel flüssiger. Trotz der krassen Grafik ist es besser. Ja, ja, sie haben es optimiert offensichtlich. Na. Ja, die Tür ist drin. Hallo, ich habe da einen Zombie am Hintern, kann dem mal einer wegschießen. Moment, wo bist du? Ich bin am Haus. Okay. Komm, lass. Komm, dann nimm. So. Ja, komm, nimm erst mal. So. Endshot. Lebt noch wer? Ja. So, dann gehe ich jetzt mal meinen Rucksack holen. Rettlich, komm. Ja. Ja, wenn du willst, kannst du mir einen Weg freischießen. Ich habe nämlich keinen Bogen mehr. Ja. Keine Frage. Das geht hier gar nicht. Gebt mir eure Bögen. So, das ist der erste. Ja. 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 Das ist ein Bulle. Ja. 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 Bei uns in der Nähe. Ja, der kommt gerade über den Fluss. Oh, den heizen wir gerade ein. Dieser Penner. Jetzt ist er explodiert. Da ist noch einer. Tja. Ach, das ist ja interessant. Der kommt anscheinend nicht durchs Wasser. Aha, der ist zu dick. Nein, äh, mit seinem, mit seinem Erbrochenen. Dein Widerling. Sehr schön. Der ist gestorben, oder? Jo. Jetzt bin ich dann trotzdem auf der Suche nach meinem Rucksack. Da war nämlich noch was zu essen drin. Und was zu essen. Happy, happy. Und Verbände. Und lauter so Zeug. Aua. Was ist los? Schlägt dich jemand? Ich hatte das Gefühl, eben, der hätte mich jemand verschlagen. Oder hast du einfach nur Hunger? Noch nicht. Ich höre einen Hund. Ja. Hey, Vino, mach den Hund platt. Ich muss hier arbeiten. Den kann ich. Hund, Hund, wo ist der Hund? Vino, mach den Hund platt. Bitte, schnell. Ich sehe keinen Hund. Ja, weil er mich trackt. Was soll ich hier sagen? Oh, das... Wieso rücken diese Viecher so? Das gibt's nicht. Ich sehe nur den Hund vor mir, dass ich mich bewegt. Ich bin gleich tot. Weil ich arbeite. Wie könnte die Rücke. Ey, das geht mir auf den Keks. Hinter dir. Oh, das ist schlimm. Die lecken wie Sau, die Dinger, ne? Aber du brauchst schon euer Fenster. Vor allem, die kommen eh gleich wieder. Kannst du drauf warten, dass die hier rüberkommen. So, ihr habt noch Bögen, oder? Vielleicht sollten wir jetzt, dass nur einer... Dann legt mal an, da kommt ein Hund. Oh, oh, scheiße. Na, warte du. Nicht so nah ran, bist du irre? Oh, was hast du denn für eine Waffe, Alter? Ja, das war der angeschlagene, den ich vorhin schon... Ach so. Na, warte dir. So, wo ist der Zweite? Hast du noch einen Bogen? Nee, der ist im Rucksack. So, das hier ist meiner. Sicher? Oh nein, ey. Irgendwas spinnt hier absolut. Spacken. Ja, jetzt hatte ich auf Plündern gedrückt. Dann hat er mal ganz kurz was aufgemacht und dann ist der Rucksack in seine Einzelteile zerfallen. Ach du Scheiße. Das ist nur die Belohnung, dass du der Admin bist von dem Server. So, und hier kommen gerade garstige Wesen durch den Fluss. Ja, ich mach das gerade. Noch ein Hund. Noch ein Hund. Garstige Wesen. Meine lieben Zuschauer, ihr seht schon, wir bauen hier gut gescheuert und die anderen spielen nur rum. Spielen nur rum, du bist lustig. Können euch nur schreien? Seid ihr schmerz... schmerzsüchtig, oder was? Hm. Tja. Und wir sind fleißig. Wie viele sind denn das dann noch? Echt? Keiner von denen hat mal ein Buch dabei, ne? Stimmt, wir brauchen ja noch unser Forge-Rezept. Bei dir da oben geht's? Ja, war ja das eine. Da ist noch ein Hund. Wo? Auf der anderen Seite. Da rennt er. Auf der anderen Seite ist egal. Die Folge ist zu Ende. Wie? Rechts neben mir. Da kommt durchs Wasser. Ach, die kommen schon wieder durchs Wasser. Also diese Hunde nerven. Ich glaube, wir haben einen Scheißplatz zum Ausgesuch zum Bauen. Also hier sind keine Zombies. Ja, warte mal zwei Minuten. Ihr seid noch fünf Meter weg. Ja. Wann, der Platz ist gut. Hört auf herzig, wenn ich das alles umsonst gebaut habe. Oh, Delfino hat schon die zweite Reihe rauf gemacht, Leute. Ja, ich fange schon. Kommt doch einfach hier zu uns. Ja, die kommen dann aber auch einfach hier zu uns, ne? Ach, wo? Das sehen wir aber dann in der nächsten Folge, wie das dann da so läuft. Ja. Tschüss. Ja, den holen wir ja gleich. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.